Einen Tag in meinem Leben als Inhaber der Fanson-Gruppe. Also ich stehe meistens so circa 6.30 Uhr auf, starte dann mit einem coolen Espresso aus der Maschine hier und dann geht es eigentlich direkt zum Sport, ins Erdgeschoss, ins firmeneigene Gym. Während ich auf dem Fahrrad sitze, mache ich dann meistens schon die ersten Anrufe. Nach dem Sport gehe ich dann hoch und habe direkt ein Frühstück mit meiner Familie und meiner Tochter zusammen. Dann geht es direkt wieder an den PC und die ersten Zahlen werden analysiert. Dann starten wir meistens morgens mit einem großen Team-Meeting, wo alle zu mir ins Büro kommen und wir planen die Woche. Danach gehe ich dann eigentlich in die einzelnen Abteilungen. Hier bin ich gerade bei der Grafikabteilung und spreche die einzelnen Themen durch, die wir da für Grafik und Design haben. Ich segne immer noch gerne, auch wenn wir ein tolles Team haben, die finalen Entscheidungen nochmal gerne selber ab. Auch wenn wir mittlerweile mehr wie 600 Mitarbeiter haben, ist es mir wichtig, dass das als Familienunternehmen für Family Entertainment Center unsere persönliche Note da nicht verloren geht. Mein Tag endet meistens erst um 19 Uhr. Dann werde ich im Regelfall hier von meiner Tochter abgeholt, um endlich in die Wohnung rüber zu kommen.